Vorzeigbar – der fantastische Windelkitzel Es ist für Teresa das beste Mittel gegen Stress. Eine frische Windel, deren weißer Rand wie zufällig aus dem Bund der Jeans herausschaut. Die Blicke der Passanten sind unbezahlbar. Sie freuen und erregen Teresa gleichermaßen. Ob dieses Gefühl auch bei dem gutaussehenden Rettungssanitäter Bestand hat, wird sich zeigen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage